ich mache heute mal solo angriff auf das sanitäts lage und da gibt es viel zu ballern da vorne sind sie schon dran ich komme ich rede euch oder nicht wo sind denn die feinde ich merke schon viel was habe ich nicht genommen so eine leffensäge da oben ganz locker hier aber dafür brauche ich ersatzteile hier im lager sollten welche zu finden sein wenn ich das geschützt nicht wieder hinbekomme werden wir diese stellung nicht halten können in zukunft überlegen die sich zweimal wenn wir mal ersatzteile suchen identifiziert nehmen sie mit was sie finden können sowieso das wird es mir nicht sagen müssen tragbares gerät erkannt wo seid ihr denn macht hier wird nicht gelacht da bist du und ist und das war die super von abwaffen kommen wo sollen die denn sein eintreffende verstärkungsanforderung ok da sind wir ein teil und ich habe doch noch abgeschlossen hier müssen noch mehr ersatzteile sein da ist eine kiste weiß ich auch wie die auswählen auf jeden Fall noch eine andere kiste da ist noch eine Bereich abgeschlossen das kann nicht alles gewesen sein suchen sie weiter Agent so gar nicht da drüben so das ist hier der einzige oder was naja waffenkomponenten identifiziert sehen sie sich nochmal gründlich um und kommen dann zurück zum geschütz ok eigentlich wollte ich da hoch naja so dann gucken wir mal interessant hm da geht's hm 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 die sind hier schon krach beim laufen naja kopf raus ist krach hm 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 man gibt es wahrscheinlich noch mal richtig und ich habe mich hier durch hätte ich ja beinahe das knöpfe lief vergessen beziehungsweise übersehen ja jetzt einen alten mann hier nicht rum jetzt muss ich das ding nur noch reparieren er ist zu spät ist ja dann machen sie sie abwärtig das ding flicke ja wo kann man denn Ich muss näher rankommen. naja das geschützt wieder weil ich ein schönes geschützt und ballast du hier nicht rum und das stimmt ebenso na geht auch nicht in den Anführer wo ist er denn ok Okay. Ja, Kopf auf. Ja. Abzeichen freigeschaltet. Sehr schön, Einsatz abgeschlossen, Trophäe erhalten, hochrangige Einsatzkraft. Sehr schön, Stufenaufstieg wird wahrscheinlich der Grund sein. Ja, war eigentlich ganz nice. Das hat mir gefallen. Okay, dann bis zum nächsten Einsatz. Bis dahin, bye, bye.